Ich holte die, damit Philipp kommt er weg. Alles gecrackt, alles gecrackt, alles gecrackt. Genau, holen wir schnell, holen wir schnell. Du bist grad voll auf dem Spiel. Oh ja, hier. Ist da oben? Und hier unten auch einer? 63, auf dem oben. Oh, die Captain ist so low. Äh, Rav down. Oben Crack, oben ist One, oben ist One. Noch eine Tür, die Battle ist gepusht von der anderen Seite. Gehlt euch auf Überhoch, wieder schuld, rein. Das ist nicht mein Garter oben, nicht mein Garter oben. Eine Schiebke Crack in der Granate. Ist einer oben drin? Ne oder? Ne, der oben an der Tür ist halt heute, ne? Ich will jetzt kurz mit Einzugasen hier. Die sind ja, die sind hier drin. Die sind zwei weggefüssen. Äh, 93 ist doch ein. Ich hab' 20 Zellen, ich werfe. Tag, ich hab' eine. Okay, dann bleib ich mehr. Hier sind Turbo Charter dran. Schill gebrochen bei einem. Okay, ihr macht eure Sachen, werft hier. Werft hier? Werft hier auch mal? 90 wieder. 90 wieder, ich pushe. Meine Garter, ich hab' einen. Ich hab' einen, hab' einen. Start. Und noch einer. Ja. Geh, haut nach hinten ab. Ich muss slow hin. Ich glaub' Philip hinterher. Ja, okay. Mixe. Nein. 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 Oh, der ist so low. Ein Link. Jawoll, das war's. Start. Da müssen wir noch mehr leisten. Wir nehmen uns. Ja. Ja. Ja, hinterm Stein. 58 auf einen. Nochmal 58. 102. Noch, noch, noch. Werft Granaten, werft Granaten. Einen down, einen down. Schön. Die Cracken drin. Die Cracken drin. Ja, aber erstmal healen. Erstmal healen. Ruck dort, Leber. Dreck, Drohne. Gerade gescannt. Drohne auf mir. Schilde hoch, Schilde hoch. Wenn noch Schilde braucht, Schilde jetzt hoch. Können auch über uns kommen, ne? Ich würde sagen, wir gehen recht hoch. Ja, sind hier, sind hier. Einen Knock, einen Knock obendrauf. Headless einleben. Bangalore Knock. Was heal? Sollen wir hier weg? Haben wir einen E-Bag? Hier unten, hier unten. Chibi, auf hier. Ja, ich schieße mit hier. Ah, ich hätte es trocken sollen. Ich bin gebrochen bei wem. Schilde hoch. Moment, wo ist die Bangalore? Wo ist der Bangalore Knock? Das ist die hinter, oder? Ja, die wurden gescannt von da. Nur nicht oben. Ah, hier. Treppe, 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 Treppe. Einer wird von unten in Axtas. Deine Ulti. Aus der Hülle. Aus der Hülle. Aus der Hülle. Aus der Hülle. Nicht nur noch mehr. Ja. Ja. Starke Dome. Wir haben keinen E-Bag, oder? Nein. Mobi. Nein, nein, nein. Oh, Junge. Die Bohrer, Alter. Hier hinten waren die, ne? Die Bohrer. Ja. Ja, lass links rumlaufen. Ich werde immer noch von irgendwo beschossen. Links rumlaufen. Lass links rumlaufen. Fort. Jungs. Ja, ja, ja. Ich bin gerade an Link. Das ist auch ein Gegner. Ja, lass laufen. Da oben raus. Und dann hast du goldenen Schild? Ja. Ja. Habt ihr gesehen mit denen da oben, ja, ne? Ja. Ja. Die haben gerade welche unter sich zu senken. Die bleibt direkt vor uns gewesen. Ja, vor uns. Fahr uns auf den Berg. 48. 42. Cracks. Fiesern, soweit du drohen hast, gerne. Ja. Oh, One. Egal. Ja, ich lauf mit euch. Links von dir war noch eine Wraith, die gerade ein Portal gemacht hat. Ja. Ich habe nur zu wenig. Ich brauche jetzt noch kurz Drohne, wenn es geht. Das sind so viele Kisten. Also hier droppen wir hinter dem Stein. Ja, ja, ja. Scheinchen vor. Vielleicht noch ein bisschen, bevor ich laufen muss. Vorsicht, Titian. Ja, es geht. Oh, oh, oh. Ey, wir müssen jetzt eigentlich... Droppt auf mir, droppt auf mir. Droppt auf mir. Wow, danke. Die haut ab. Die haut ab. Ja, wegen Zone. Die müssen laufen jetzt. Oh, ich fall raus. Ich flieg raus. Ich flieg raus. Nein. Nein. Nee, nee, nee. Ich bin da auch. Pass mit deiner Ulti auf, Philipp. Pass mit deiner Ulti auf, Philipp. Da ist mir Watson wahrscheinlich dabei. Ja. Lifeline auf jeden Fall. Lifeline down. Ich bin auch down. Fick mich, fick mich. Lifeline down von denen. Du bist jetzt wegen Zone. Ich muss hier Swapen. Oh, fack. Ich bin in den Zaun reingelopen. Ich bin schon kaputt. Nee, ich muss hier Swapen. Ich muss rutschen mit Heal. Oh, hier ist ein Jump-Eint. Oh, das wird... Ich bin draufgerutscht. Ich konnte es hüben. Was hat mich gekehlt? Oh, fack. Ich konnte es heben. Ich bin draufgerutscht. Ich bin hier oben. Ich bin hier. Ich bin hier oben. Die Babbeln. Ich bin hier. Die Babbeln. Nee, ich glaube ich. Hast du keine? Ich hab Goldback, ich hab Goldback, Gegner sind überall, auf der Brücke vor allen Dingen. Ja, ihr müsst irgendwie runter oder so, ich weiß nicht. Kommt mit mir, kommt mit mir. Ich muss hier healen, sonst sterbe ich direkt. Ihr seid auch über uns. Ich hab leider keine, ja genau. Ja, jedenfalls leider auch hier. Sollen wir hier einfach stillhalten? Einfach leise sein? Sind die noch da oben? Seht ihr meinen Bus? Ne, die haben uns gesehen. Die haben uns gesehen. Cracked? Ne, fast cracked. Ja, die haben jetzt auch noch Fuse, Alter. Ja, dann wecken wir die Füße. Ich hab die jetzt auch noch Fuse. Jetzt wird unsere Bubble gedrückt. Ja, wir können hier nicht, wir können hier nicht. Oh nein, von der Seite, von der Seite. Lass hier weg, lass hier weg. Ich bin einfach nach unten gesprungen. Ja, ich auch. Ich bin in irgendeiner Crackhöhle. Oh, jetzt kommt von oben. Dann kannst du jetzt gleich Arme schotten. Das ist der nächste. Überlebt doch, ihr habt weniger Leben, ihr habt weniger Leben. Überlebt, überlebt, überlebt. Schieb es auf ihr, schieb es auf ihr. Schieb es auf ihr hiermit. Wir nehmen mal 5, mal 5. Ihr wird doch weniger Leben als ich. Ne, ich hab so schült, dass wir schneller. Wir können hier sogar bleiben, ne? Ja, ja. Gerade, ja. Granat auf und Granat auf uns. Granat auf uns. Harte Steps über uns. Ja. Zehn Sekunden, hab ich wieder ne Bubble. Mit der Bubble können wir versuchen, an den Baum heranzugehen. Schieb,apons, pronounce oder? Stopped! Nächster! Ja, schön, weg. Schieb es auch mit der? Sehr gut. Top 4, Top 4. Zone zieht. Wir sind drin, wir sind drin. gib mir nades, gib mir nades ich hab nen e-back ich hab nen goldenschild gebraucht vier teams, ne? drei teams, drei teams lass mal hier ein stück höher gehen, bitte seid ihr bei mir? oh fuck ja von der obermauer die haben ja zahle Zeit auf uns ok ich geh einen höher ich probier's warte, ich hab fast ne bubble gemacht hier oben ist das dritte team dritte team auf mir fuck 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 ja dann chill 156 auf Catalyst ich hole die, damit Philly kommt er weg oh fuck alles gecrackt alle gecrackt ja genau, hol mich schnell hol mich schnell ich hab mein ulti direkt vor dir gebraucht ich glaub die werden gerade gepusht die werden gepusht oben drauf, oben drauf ohne sitz ich disconnecte ich disconnecte nein alter kommen jetzt bitte die droppen runter die oben sind drunter gedroppt kommt gedroppt konstantin ja sauber ohne heil philip gas soviel du kannst Junge, unfassbar. Alter. Was ein Struggle diese Runde. Das war, glaube ich, das krankeste General, das ich in der letzten Zeit wieder gemacht habe. Ja, wirklich. Alter Schwede. Boah, war das ein Stress. Boah, das ist ein Stress, Alter. Ich glaube, wir haben so 10 Mal, okay, jetzt sind wir im Arsch. Jetzt sind wir aber im Arsch. Nee, aber jetzt sind wir im Arsch. Aber mein Lieblings, glaube ich, von Ability mäßig, einmal natürlich, also eure Abilities 100% von meiner, war jetzt dieses, wo wir da unten gechillt haben, die sind so einzeln in uns reingedroppt. Ja, safe. Wisst ihr, was ich meine? Und dann einfach immer so ein Gas-Pfeil rein, so. Ja, übertrieben. Und dann so ein kurzes Stun so. Boah, kanker Scheiß. Sechs. Sechs, ja. Minimum fünf. Minimum fünf auf mich. Junge, was ein Mensch, alter. Bis zum nächsten Mal.